Ausfliegen. Stopp! Das war jetzt was? Wo seid ihr? Aha, so drehe ich mich jetzt. Ich steh hier mit dem Pickup. So fliege ich zur Seite. Oh nein, nicht Platz wechseln! So, Junge, da unten hinlegen! Macht er da? Mach die da unten platt. Die ist erledigt. Hier ist doch gar keiner mehr. Ja, kann ja auch keiner mehr sein. Äh, könnten jetzt theoretisch... Habt ihr C bei euch, seht ihr das? Ja. Da hinten. Da ist die nächste Einsatzakte. So. Oh, ich finde aber die Steuerung ist mittlerweile ganz nett. Und da muss ich gleich mit der Drohne drüber fliegen. Da muss ich erst mal gucken, wo ich laufen kann. Wir müssen erst mal gucken, dass sie überhaupt zu dir kommen. Ja, ja. Ich lande in der Zeit mal. Ja, wir werden verfolgt. Maaaaaaaaaaaaaah!!! Soll ich euch helfen? Steht der Konvoi hier dumm rum? Wie, habt ihr den Konvoi jetzt schon ablöst? Der stand hier so dumm rum. Ja, hast du, hast du, hab dann einen abgeholt? Also als Einsatzbefehl den Konvoi, oder habt ihr einen stehen lassen? Der greift uns an. Ach so, ja, dann komme ich euch helfen. Ja, das Dank von euch, ich hätte das sagen können. Ich sehe nichts mehr. Greift ihr jetzt hier an, oder greift ich mal an euch? Wir verteidigen uns eigentlich mehr, wo das ist. Autsch! Hey, dann mal, ist es neuerdings dunkler geworden, oder was? Ja, mach nachts nicht. Bitteschön! Mein Gott! Und kriegt ihr den irgendwie zum Stehen? Er muss vorne den Fahrer, den Typen da noch erwischen. Wow! Okay, das Auto ist hierüber. Würde man behaupten, der steht, oder? Äh, ja. Ja. Bitteschön! Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Ach. Au! 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 Ich komme! Au! 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 Ja, damit haben wir ungewollt den Konvoi kassiert. Unidad, Unidad! Fliegt der Patrouille plus Funkwagen aus? Kataris Leute wollen die Funkgeräte in die Finger kriegen. Was denkst du was? Fliegt der überhaupt noch? Ja, so halbwegs. Weil das piept hier so komisch. Ja, der, äh, ne? Aber wie geil, Alter. Da hältst du den Konvoi. Du fliegst schon über den Ballaster einmal kräftig rein und schon ist das gut. Das hilft uns aber ungemein, die anderen Konvois noch aufzuhalten, ne? Hm. Wo willst du hin? Fajo, wo willst du hin? Ich flieg das Ding nicht. Hahaha. Achso. Weil unser Ziel ist hinter uns. Ich glaube, der Lumpy will den anderen Heli da unten haben. Geißleine 10, los! Stimmt's, Lumpy? Hm, jup. Ja, es ist sehr dunkel. Macht Nachtsicht an. Hier wäre übrigens noch eine Munitionskiste. Oh, das ist gut. Ja, das ist gut. Wo denn? Na hier. Da, aufmunitionieren. Ah, da ja. Oh, jetzt können auch mehrere an die Kiste. Ja. Haben sie den Punkt größer gemacht. Das ist natürlich nicht schlecht. Alter, 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 Käse, boom, 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 boom. So, mal Akku wechseln und Liquid nachfüllen. Also, ich find's schön, geil und richtig krass und hammer nice, dass wir Großfrieden auf jeden Fall weitermachen. Ja. An dieser Stelle, das war übrigens meine Idee. Nicht, dass der Lumpy das als seinen Einfall verkauft hat. Aber, Lumpy, du kannst ruhig mal ein bisschen mehr quatschen. Die Leute erwarten mehr Interaktion von dir. Ich muss mich konzentrieren hier, weil irgendwie komme ich mit der neuen Schrank noch nicht so wirklich klar. Ich komme damit perfekt klar. Aber ich glaube, wir sollten mal... Ja, wir sollten vielleicht nicht direkt mitten im Geschehen landen, ja. Guck mal, hier unten sind noch zwei andere Hochschrauber. Da vorne ist bestimmt einer bewaffnet. Weil unsere hat hier gerade nicht bewaffnet. Ja, das ist aber auch garantiert jede Menge rote Punkte da rum. Och, was heißt jede Menge rote Punkte? Ein paar. Das ist nur noch rot, ne? Da unten ist er, ja. Äh, Gerd? Ja? Nur noch roten. Aber hier gibt es wieder Akten. Ich drohne, ich schwadroniere mal. Granate! Toll, ich habe jetzt nur zwei gefunden. Ich muss unbedingt die Drohne noch ein bisschen upgraden. Gott, ich blöde! Mein Gott. Ich bin nicht normal. Ich bin nicht normal. Wir sollten mehr die Tarte stellen. Das ist mittlerweile mit dem Geschehen. Wow, 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 wow. Die zwei hier drin sind tot. Wollte ich mal so nehmen. Da sind noch gute Punkte. Ja, da war auch noch einer drin. Den habe ich gerade erwischt. Das ist noch einer. Ja, ich sehe ihn. Tod. Wobei ich sagen muss, ich fühle mich auch nur noch halblebendig. Aber ich lebe noch. Ich weiß nur nicht. Krala! Ich spaw mal was außerhalb. Ich kann ja jetzt nur nicht erkennen, ob es hier drinnen irgendwas zu holen gibt. Vielen Dank fürs Abonnieren! Hä? Hä? Ich wurde abonniert, um bei mir abzulernen, um die ersten Blick zu machen. Ich weiß nicht, warum es bei mir pink macht, obwohl ich die Szene gar nicht aktiv habe, weißt du? Ich habe hier Besuch. Wäre voll toll, wenn ihr helfen könntet. Der Tango ist hin. Du hattest Besuch? Ja, ja. Danke. Lag hier eben nicht noch irgendeine Akte rum oder hat das schon jemand eingesammelt? Nö. Nö. Ah, falls es zu Schulter stützt, ist es zu langweilig. Wo hast du wiedergefunden? Hier in dem Raum. Hilft mir gerade in dem Raum. Ah, wo Volumbi drin ist? Hinter hier in dem Raum, andere Seite. Da wurde plötzlich angezeigt. Waffenlingsverpüper. Wo den oben? Der links hinten in der Ecke. Hier? Zeck mir mal bitte. Warte, ich komme. Kann sein, dass ich sie schon geholt habe. Ich komme nicht mehr zu dir. Wenn du reingest in den Raum, links hinten in dem Regal. Links hinten in der Ecke. Also hier. Ja, genau. Ach doch, da ist sie doch. Maschinenpistole, Schaft! Jo. Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollen von den Rebellen erkaufen. Ach, an den Dingern kann man jetzt auch die Ausrüstung ändern. Kannst du die Ausrüstung jederzeit ändern. Was? Was ist denn? Mein Sohn. Nein, ich kann dir jetzt nicht helfen. Komm, du da mit. Ich muss nur mal den Schuh für mich gestanden. Ja, super. Ich habe ein neues Accessoire. Aufnähern, David. Ein neues Accessoire? Warum haben wir noch 500 Meter bis zu den Dingen? Fliegen wir hin oder laufen wir von hier aus zu Fuß? Ja, ich bin ja fürs Fliegen. Ich bin fürs Laufen, ganz ehrlich. Warum? Ja, gezielt von aus der Ferne ausschalten. Kann man theoretisch natürlich machen. So mit Drohne und so und Snipern und weg damit. Ja, ja und weil dunkel, aber ich fliege. Da, 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 da. Führt er weg, der Sack. Da fährt er weg. Da fuhre weg. Also der Regen sieht geil aus. Dann steig auch rein. Wenn der Lumpi da ein bisschen näher ran fliegt, kann ich auch mit der Drohne auch vom Handy aus fliegen. Ja, das war jetzt was? Hast du grad mit der Drohne Drohne den Helikopter zerstört? Ich glaub ja. Ist das nicht ein Ernst? Ähm, ja. Jaja, Mario schafft es auch mit dem Kopf im Heckrotor zu landen beim Abspringen. Mario schafft es mit deinem Kopf im Hauptrotor zu landen. Ja, und Mario schafft es mit einer Drohne den eigenen Hubschrauber zu zerstören. Ja, ich lass die Drohne mal. Linke Hand, Scharfschützen-Turm. Wow! Der war jetzt doof. Ich hab das komische Gefühl, dass Lumpi hat sich erwischen lassen. Das war Gerd, ne? Ja. Hier gibt's auch ein Flugzeug, das wir klauen können. So, der überwiegende Bereich ist... ...markiert. Ist ober auf dem Wachtturm noch jemand? Ja. Vorsicht, die patrouillieren hier auch mit Autos. Ja. Boah, der ist aber ganz viel rot, kann das sein? Ja. Das ist gar kein Ausdruck. Ich treff den nicht. Wen? Wo der erwischt? Der ist tot. Hubschrauber! Dann komm zurück, lass sie zurückfallen. Dann fallen wir halt zurück, Rückzock! Die hat den Hubschrauber abgeknallt? Nö. Ich hab Rebellen zur Ablenkung angefordert. Aber wieder ein Typ weggefahren, der... Mario, bei dir ist so ein Buntangu in der Nähe. Ja, ja. Ah! Ah! Ich krieg den... Ich krieg den... Von wo? Ah, nein. ich glaube wir müssen sehen dass wir den erstmal ausgeschaltet ja kein problem ich bin dabei ich glaube ich habe ihn ja ja das sind tatsächlich auch so und den hab ich. Da müssen aber noch irgendwo welche sein. Ja, ja. Der Vorteil ist im Moment, dass... Ah, ja. Der Vorteil ist im Moment, dass die Rebellen sich so ein bisschen darum kümmern. Hast du den auch gesehen, Lumpy, in der Wand? Ja. Meine Lumpy hat eine Akte gefunden. Oh, ein Video. Das lass ich mal grad laufen. Nee, das Video kennen wir doch schon. Nee, ist ein neuer Einsatz. Ich hab grad einen PC gehackt. PC gehackt? Warum? Da weil das hier unsere Aufgabe war. Deswegen sind wir hier. Ach ja. Nee, der... Ja, neuer Einsatz. Super. Sehr gut. Ach, Munitionskiste. Der Gerd macht nix, findet aber immer Munition, ne? Ja, ja. Ist dir auch aufgefallen, ne? Mhm. Genau, die Rebellen können mir später danken. Yep. Dass wir so Premium sind. Guck'n wir mal, was wir direkt so hier in der Nähe haben. Also, wir hätten jetzt hier in der Nähe direkt mal hier oben ein Fragezeichen, das wir mitnehmen könnten. Ja. U, 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 Unidat. U, U, Unidat. Ja, deswegen laufe ich fast weg. Ich laufe mal Richtung Fragezeichen. Dann brauchen wir da nicht alle, glaube ich, hin, weil... Bewegt sich das? Nein, das bewegt sich nicht. Okay. Aber wir können doch alle ruhig da hin. Dann haben wir das nämlich auch schon. Ja, U, U, Unidat. Die besten Freunde. Also für die, die Livestreams nun... Ah, ist das Rot da oben! Oh, oh. Ja, Drohne und Gut, ne? Denkt die in der Luft? Ein Dreckser, quasi hier, Rainer. Genau da. Da ist noch ein Dritter. Ich bin schon mittendrin. Ja, gibt einen Fertigkeitspunkt. Ja, gibt einen Fertigkeitspunkt. Hier ist ein Kartellorden. Fall erledigt. Das ging ja schnell. Ja. Soll ich euch die Tür aufmachen? Dann mach mal. Wie wechselt man denn nochmal? Achso. Wie wechselt man denn nochmal? Ach, wie hat denn das denn nochmal... Ich würde sagen, wir nehmen doch einfach mal die Tür hier, wa? Ja, ich würde aber trotzdem mal gerne wissen, wie ich nochmal Karten durch wechsel. Wo bist du? Hier drin. Ach, da. Fertigkeitspunkt, ne? Karten. Da waren Karten. Fertigkeitspunkt erhalten, ja. Aber das will ich jetzt trotzdem nochmal wissen. Ich konnte doch immer... Was willst du denn wissen? Wie ich auf andere Granaten und so wechsel. Ja, wie ging das denn nochmal? Wieso nicht? Über i vielleicht? Ne, ne. Hm. So auch nicht. Muss man gerade in Controller nachgucken. Ja. Hat einer die Kingslayer-Dateien aus dem Dings mitgenommen? Aus der Scheune? Objekt benutzt? Welcher Scheune? Sichere Scheune. Links von uns. Von unserer Position. Beielen. Befehlsrad, Waffe wechseln, hinlegen. Nachkampf-Zier-Modus. Sekundär-Waffe. Es ist mir auf. Gut. Scheune. Befehlsad. Ja, gut ist es. Tschüss. Doch. Schaäu. ced.